Gottvertrauen dass ich Gott bin, oder? Naja, aus rein wissenschaftlicher Sicht bin ich der Meinung, dass Sie eine schwere Psychose haben. Okay. Aber als Privatmann muss ich zugeben, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man nicht erklären kann. Okay. Also das schon Gottesglauben ist dahingestellt. Okay. Gut. Wenn man sich hinkriegen, muss ich fremde Hilfe hinzuziehen. Du tust das, was du gut kannst, ich tue das, was ich gut kann. Bibelstelle. Nichts Bibelstelle. Donald Trump. Ich war Richter, Staatsanwalt, Sprengstoffexperte. Pilot, Kapitän, Einzelnen. Sie haben Menschen durch die Gegend geflogen? Ja. Aber nur nach Marokko. Ach, nur nach Marokko? Ja. Also Herr Baumann, wenn Ihre Geschichten stimmen, ja, dann landen Sie in der Geschlossenen. Da kann ich uns nicht mehr helfen. Aber der Pilot war völlig übermüdet. Der wäre mit einer Privatverschiebung. Woher wollen Sie denn das? Ich weiß, das ist hier drin! Ja, ganz ruhig, Sie sind ja Gott. Na siehst du, es geht doch. Das ist gut. rained furnier. Ich weiß es nicht. Ja, ganz ruhig,